So Dipp, da-dipp, da-dipp, da-dipp Hä? Hä? Wir hätten da was verloren Kein wieder... 50 Holz hab ich bekommen Ich hab 5 und 3 Steine bekommen von George George Der Georg Georg Ach Ich glaub ich weiß warum, was da drin ist in der Lost & Found Und die ganzen, die ganzen Robilien und Diamanten und so weiter Ah, so, der Quest Ja, ja, ok Ich hab noch hier Ich hab noch mal dính aufgenommen Ich hab noch mal dính, was da drin ist Ich hab noch dínhot Noch mit Garottensamen. Oh, da ist was. Oh, ne neue Wochenquest ist aufgetaucht. Ich hab mal die Box geleert. Sieben Tage Zeit Ectoplasma zu finden oder sieben Tage Zeit 100 Knochen zu finden. Ich suche es sehr für dich daraus, weil du ja die Kampfquest, äh, weil du halt doch deinen Kampf aufleveln willst. Ja. Also Knochen oder Ectoplasma? Ja. Alles scheiße. Alles, beide scheiße. Oh. Hätte ich eh nicht hinbekommen. 100% nicht. Beides ist echt kackereit. Dann machen wir noch mal die Knochenfragmente. Weiß ja mittlerweile, wo die Skeletten zu finden sind. Ja. Wenn du dann schon mal nehmst, werden die Geräte und eine Unterlegung genommen. Das ist ein Quiz- von König. Sprechen? Sprechen. Sprechen. Sprechen? Sprechen. Sprechen? Sprechen? Sprechen. Sprechen. Das war's für heute. Bääb 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 Musik Hm Oh In den Level bin ich aufgestiegen gerade Oh nice Hast du eigentlich die Bücher schon gelesen? Ja Aber wie ihr macht Danke Kevin Huu 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 Huuu Huuu Huu Huuu Huuu Huu Huuu Huuu Huu Huu Huuu 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, weird. Ich glaube du brauchst mir eine Freundschaftschule damit, Luis und oder Marni. Ah, ich habe keine Sequenz mit Dings. Ich habe gerade eine Frequenz mit Gas in der Bau. Ja, das ist ja ganz kampf. 1 und 10. Scheiße. Jupp. Scheiße ist ein gutes Stichwort hier. Run, boy, run. Oh. Ah. Kampfstufe 8. Schleimbrutkasten. Explosion und Munition. Minenarbeitstufe 9. Nice. 11. Nimm dann auch sein Ende mit den Level. Mhm. Hast du mir da so einen rosenen Stuhl eingepackt? Einen rosenen was? Hä? Oder was ist Hayley jetzt? Ich glaube Hayley hat mich so einen rosenen Stuhl eingepackt. Ich glaube das war Hayley, aber ich habe keine rosenen Stuhl. Ich glaube wie das aussieht hier. Okay. Äh, Abigail hat Tiere gefüttert. Ich wusste eigentlich gar nicht. Was? Ich meine, äh, heute eher das ist. Warte. Schau. Ich habe mal einfach irgendwann, ich habe einfach mal aus Interesse halber, weil, Abigail hat gesagt, okay, ich habe erstmal die Tiere gefüttert und ich habe, oh, cool Stoff. Ähm, und ich, äh, und ich habe, äh, die Schüssel von, äh, von unserer Katze wieder aufgefüllt. Aber ich habe meine Snacks vergessen. Ja. Und habe jetzt Hunger. Ich habe ihr einfach mal was zu essen gegeben. Die Antwort darauf war, hey, woher wusstest du, dass ich Hunger hatte? Okay. Alles klar. Ja. You fucking told me three seconds ago. Und ich habe jetzt die Fischsmoker. Let's go. Fischsmoker. Jawohl. Fischsmoker. Jawohl. Fischsmoker. Habe ich noch, ich müsste ja noch einen Fisch hoffentlich haben. Nicht hier. Ähm. Ich hoffe, ich habe den nicht ausgesehen verkauft. Ich habe ihn ausgesehen verkauft. Okay. Ha. Den einen Fisch, den ich jetzt dafür brauche, um den Fischsmoker zu verwenden. Und ich habe ihn verkauft. Ach. Mann. Oder ich habe ihn verwendet. Eins und Beiden. Ich glaube, ich habe ihn eher verwendet als verkauft. Naja, ich habe die verwendet. Ich habe wahrscheinlich Sashimi draus gemacht. Ja, ich habe wahrscheinlich Sashimi draus gemacht, weil ich glaube, er nimmt auch automatisch das Zeug aus dem Kühlschrank raus zum Herstellen. Okay, welcher Fisch war denn das nochmal? Das Angeln von Fischen ist deutlich einfacher als das Angeln von Gelee. Okay. 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 At least I know where to get him. Was auch immer das für ein Baum ist, den du da eingepflanzt hast, er wird auf jeden Fall seine Zeit brauchen, bis er gewachsen ist. In dem Winter wachsen die Bäume ja auch nicht. Das ist auch wieder so. Bis auf die normalen wilden Bäume, die hier überall auftauchen normal. Also normales Wort. Und ich glaube auch die Orangenbäume und so weiter wachsen auch. Da ist er doch noch eine pique, aus High School zu sparen, weil es dir mit der Baum ist. Okay, das sieht aus aus. Ich nehme die Idee. Ich nehme die Räume zu sparen. Ich nehme die Räume zu sparen. Das war's für heute. Aha, Niki. Hallo, hab ich gemacht. Niklas? Nein. Niklas? Nein. Niklas? Nein. Warum? Warum tut es du was? Das ist gut. Warum? 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 Warum?